Wenn das Gruppen sind, dann meistens dann kleinere, die irgendwie aufgefüllt worden sind. Pucks sind ja normalerweise eher nicht anzutreffen. Sollten eigentlich alles Pflanzen sein. Wurde ja eingeführt wegen, dass Pucks nicht gegen Zehner droppen sollen und so. Haben sich wohl ein paar ausgeweint und so. War aber auch gewisserweise ein bisschen mies, was da teilweise abgegangen ist. Artillery Strike Online. Wurde ja nicht. Wurde ja nicht. Wurde ja nicht. Wurde ja nicht. Wurder nicht. Wurde ja nicht. oh target acquired new target acquired artillery strike online oh oh ua v entweder ist das grafik oder das ist eine ua v vom gegner war eine vom gegner war eine ua v die nacken die nacken? ja, das ist ein Raven, der nackt Prova, Broadway, Forlader bis zum Arsch Atlas ist bei D4 genau, wollte ich gerade sagen, ich habe hier Seismix unter mir direkt unter mir stehen die haben so viele LRMs da hinten, da sind mindestens 3 LRM nicht rauskommen Leute, abwarten was? Raven, da ist der nacker, müssen wir wegknallen aber ich bin genackt, oder? ich bin extra vor dich gestellt oh, entweder sind die alle unter uns gerade, ich habe Seismix da ist es, ja, das ist die Seismix der Wettelmaster steht da mit dem Katapult und dann ist da noch ein zerlegter Atlas halb zerlegt heißt mich vor uns, ich weiß oh, der Atlas war eben oben, ist runter gesprungen, hier auf der anderen Seite den Atlas war einfach verpasst ne, da sind noch mehr aus der LRMs da, da sind noch LMs ne ganze 3er LRM Truppe hinten bei D4 der nacker Raven gehen immer noch alle raus da ist ein Kaufmann hier, ein Katapult abkühlen los gehen wir unten rein New Target Acquired Target Destroyed Ah, gewesen rechts von uns jetzt Target Acquired Target Destroyed Zauber Sonn, pass auf hinter uns so, wieder an und Nova kommt sie wo ist die Nova, die Kack-Knopper wo ist die Nova, die Kack-Knopper wo wollen wir auch noch den Astrak hinsetzen, dieser Penner Nova weg runterkühlen Boah mehr Feinde als Hitze-Speicher wir sind kalt wieder Bein, 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 Bein Boah, da muss ich doch durchkommen ey, ich hab zwei Alphas rausgehauen das sind 100 Schaden haben wir in den Keller kann ja wohl nicht wahr steigen Boah, ich werde jetzt hier oben eingekreist oh, ach so komm runter, in den Keller ich du bist gemerkt ja, wir könnten aber nicht helfen ihr seid zu weit weg komm in den Keller komm direkt runter gelaufen im Keller bei der Beine, scheißegal komm zu uns hier D6, D5 Naaah ich fall doch runter tot aber nur das merke ich auch hier siehst du, Kaufmann links links, 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 links Kaufmann Katerpult ey, das fand ich jetzt aber krass zwei Alphas in den Raven reingedrückt und der hat das überlebt hinter dir das ist ein Atlas der ist stumpf da ist noch ein anderer Atlas der ist stumpf da ist noch ein anderer Atlas Katerpult Katerpult Artillerie Strike Activated Target Destroyed die Toten haben wir tatsächlich mit Arti reingeschmissen was ist das Target Acquired Katerpult hat nur ein Bein aber der hat 2R PPK kommt gleich was um die Ecke glaube ich geht ich nicht hat 20 verloren ey, ich bin Katzen hinter uns, links, links oder auch auf kora Warnig incoming Wir kommen da gleich runter, oder was? Traut sie nicht! Jetzt kommt er! Er ist da über uns jetzt! Traut sie nicht! Ich glaube nicht! Sie sind kaputt, glaube ich! Er hat 20 kaputt! Links, 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 links! Mach ihn kaputt! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! er hat nur noch seine zwei large laser oder was? Achtung da ist noch ein catapult mit zwei air pepikars noch ein atlas abgです abgut 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 Zeit kaputt Target destroyed Oh Erster Ebola patient in Deutschland Ketten, kannst du die noch klein? Ja doch, wir müssen Unter Deckung heraus die Dinger weg Mediumpuls Ah, 58 Sekunden, hallo? Hier, links, E5 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 Links, hinter uns, hinter uns, hinter uns Über uns jetzt In der Mitte Der fließt ja gerade lang Rechts, rechts Oh, der hat nur LMS Ja, mach ihn kaputt Kaputt, machen wir kaputt SRM Ammo, depleted Left torso, critical damage Ja Heatsink, destroyed Autocannon Ammo, depleted Der kommt schon zu dir an Automatisch sozusagen Wir haben gewonnen Scheiße Wir haben gewonnen Scheiße Das war so knapp Alter Trotzdem war er gut Dann hat das Ding noch gedreht Trotzdem war er gut